Hallo, liebe Brüder und Schwestern! Mein Name ist Sissi. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Habt ihr eine Geschichte mit Gott? Ich glaube, ja. Als eine Formelchrist sollte jeder Gott im Geist und in der Wahrheit anbieten. Heute werde ich ein kinesisches Lied singen. Das ist eine wahre Geschichte zwischen mir und Gott. Ich hoffe, dass sie euch berühren kann. Das ist eine wahre Geschichte mit Gott. 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 Das ist eine wahre Geschichte mit Gott.